Eindimensional denken, viel weniger als die Schweiz geistig kann. Sie beleidigen hier das Schweizer Volk, dass so eine Mehrheit diesen Entschluss gefasst hat. Und das ist nicht meine Partei. Ach, Sie beleidigen das Schweizer Volk gegen das ganze Establishment, gegen die Wirtschaft, gegen die Millionen von Geldern, die da ausgegeben wurden, haben wir diesen Entscheid getroffen. Und den gilt es jetzt zu respektieren, auch wenn Sie ein Deutscher sind, auch wenn Sie von außen kommen. Demokratie hat respektiert zu werden. Die Legitimität einer solchen Entscheidung ist viel grösser als jene ihrer 28 Kommissare, die nie gewählt wurden, die da irgendwelche Entscheide treffen, wo es gar keine Gewaltentrennung gibt, weil die Exekutive und die Legislative im Grunde dieselbe ist. Und dann ist da so in einem Parlament, das hat überhaupt nichts zu sagen. Und ein überverschuldeter Laden von einer Sorte, wie man ihn selten gesehen hat. Und Sie werden noch sehen, das kracht zusammen, das ganze Zeug. Die Hälfte Europas ist ruiniert worden durch die Schuldenfalle. Und Sie kommen und sagen der Schweiz, ein Erfolgsmodell sondergleichend. Die Schweiz hat bis jetzt fast alles richtig gemacht. Wir haben diese Fehler nicht gemacht, welche diese EU jetzt gemacht hat, weil das nur Technokraten sind, die das erfunden haben. Wenden Sie sich doch an Ihre eigenen Völker. Fragen Sie das einfache Volk, was wollt Ihr denn? Wie soll Euer Umfeld gestaltet sein? Wie soll die Zukunft aussehen? Haben Sie den Mut, diese Frage zu stellen? Vertrauen Sie den Leuten. Meine Mitbürger sind intelligent genug, um zu wissen, was Sie wollen. Sie brauchen solche Leute wie Sie nicht, die Sie als Spinner beleidigen.